10 gefährliche fleischfressende Pflanzen, die dich umhauen werden Pflanzen werden täglich als selbstverständlich angesehen, obwohl sie den größten Teil der Biomasse der Welt ausmachen. Wir meiden die Pflanzen, von denen wir wissen, dass sie giftig sind und freuen uns über die, die uns ernähren. Aber es gibt fleischfressende Pflanzen, die nicht nur gefährlich, sondern auch hilfreich sein können, ob du es glaubst oder nicht. In diesem Sinne, schnall dich an und sieh dir unsere Liste der 10 gefährlichsten tierfressenden Pflanzen an, die dich umhauen werden. Nummer 10 Sonnentau, Drosera Es gibt mindestens 194 Arten von fleischfressenden Sonnentau-Pflanzen. Sie sind leicht an ihren Stängeln zu erkennen, die an Tentakel erinnern. Das ist diese einfache Cartoon-Pflanze, die in der einen Folge deine Lieblingsfigur verschlungen hat. Ihre Blätter scheinen bärhaart zu sein, aber das sind nur Rezeptoren, die erkennen, ob sich jemand in der Nähe befindet. Außerdem haben sie Drüsen, die eine klebrige Substanz produzieren, mit der sie Insekten anlocken und einfangen, weshalb sie auch Fliegenfänger genannt werden. Wenn ein Insekt gefangen ist, wird es von den Tentakel der Pflanze verschlungen und verdaut. Es ist gut, dass sie nur bis zu 25 cm hoch werden, damit sie nur kleine Dinge fangen. Wenn du magst, kannst du sie selbst im Sand züchten und in der Nähe von Sonnenlicht halten. Dein Zimmer wird dann frei von Insekten sein. Nummer 9 Die Cobra-Lilie ist eine weitere fleischfressende Pflanze, die dir helfen kann, die lästigen Insekten loszuwerden. Sie wird bis zu doppelt so groß wie der Sonnentau, nämlich 50 cm. Was sie einzigartig macht, sind ihre Blätter, die wie die Köpfe von Kobras aussehen, daher der Name. Sie sind nur in Kalifornien und Oregon heimisch, aber das ist kein Problem, denn du kannst sie günstig online kaufen. Neben Insekten sind sie auch groß genug, um kleine Tiere wie Vögel zu fressen. Cobra-Lilien haben einen großen Appetit und können im Freien gehalten werden, ohne dass du sie ständig beobachten musst. Cobra-Lilien locken Beute an, indem sie einen süßen Geruch um ihre Öffnung herum absondern. Die Öffnung ist mit Fenstern versehen und der Käfer, der hineinkriecht, ist verwirrt, weil er das Gefühl hat, noch draußen zu sein. Die Wanzen folgen dann der Pflanze in die Schlundröhre, um gefressen zu werden. Nummer 8. Wasserfalle Dies ist die erste nicht-vegane Wasserpflanze auf unserer Liste. Die Wasserpflanze gehört zwar zur Familie der Sonnentau-Gewächse, aber sie ist sehr einzigartig. Sie ist die Hydra der fleischfressenden Pflanzen. Die Blätter zeigen nach außen und schnappen kleine Wasserfliegen und ähnliche Insekten und Aalwürmer. Sie leben unter Wasser, aber nicht ganz. Sie haben keine Wurzeln und treiben daher auf der Suche nach Nahrung umher. Diese Pflanzen sind vom Aussterben bedroht, obwohl sie in fast allen Klimazonen und in allen Formen von Wasser leben. Sie sind in der Lage, auf der ganzen Welt zu leben, aber es gibt nur 50 Orte, an denen sie nachgewiesen wurden. Nummer 7. Fettkräuter Sie haben zwar einen sehr schmackhaften Namen, aber ich rate davon ab, sie zu essen. Sie sind weder für Menschen noch für Haustiere giftig. Du darfst sie trotzdem gerne anfassen. Sie wirken wie Fliegenfänger, sind klebrig und verströmen einen süßen Duft, der kleine Insekten anlockt, sodass sie gefangen werden, wenn sie auf der Pflanze landen. Sie ähneln in vielerlei Hinsicht der Sonnentau-Pflanzen, haben aber einen cooleren Namen. Fett ist ein Geschmacksträger. Sie können sowohl im Haus als auch außerhalb gehalten werden. Du musst dich nur ein bisschen um sie kümmern. Aber wie bei allen Pflanzen, die im Sommer die Mücken vertreiben, lohnt sich das auf jeden Fall. Nummer 6. Tropische Kannenpflanze Wenn dir diese Pflanze bekannt vorkommt, liegt das wahrscheinlich daran, dass du Pokémon gesehen hast. Die tropische Kannenpflanze ist eigentlich Sarcenia. Kannenpflanzen fressen größere Beute als andere fleischfressende Pflanzen. Sie fangen sogar gelegentlich Amphibien, Salamander und Frösche. Sie sind so gefährlich für Salamander, dass es Studenten gibt, die versuchen, sie zu befreien, während sie tropische Kannenpflanzen erforschen. Den Salamandern scheint es aber an gesundem Menschenverstand zu mangeln, denn sie gehen freiwillig in die Pflanzen, um die Insekten zu stehlen, die die Pflanze gefangen hat, und bleiben dabei auch stecken. Vielleicht ein bisschen zu gierig? Wenn der Deckel zugeht, ist alles dunkel und was hineinkam, kommt nicht wieder raus. Diese Pflanzen wachsen überall. Die einzige Voraussetzung ist ein Boden, der reich an Stickstoff ist, denn das ist der Treibstoff für ihre Farbe und ihren Duft, die Beute anlocken. Nummer 5. Wasserschläuche Es ist die häufigste fleischfressende Pflanze, aber ihre Fleischfresserei ist umstritten. Diese Pflanzen werden als Unkraut und Plage angesehen, aber eigentlich sind sie ziemlich interessant. Sie fangen nicht oft Beute und scheinen eher passive Formen des Fressens zu nutzen, als einfach Insekten zu fangen. Eigentlich fangen sie Beute, um Bakterien und andere Mikroorganismen in ihren Fallen zu halten, damit sie ihnen Nährstoffe entziehen können. Ihre Stängel werden durch winzige Luftblasen im Wasser aufrecht gehalten. Wenn etwas, das klein genug ist, vorbeikommt, drücken diese das Wasser nach außen, wodurch ein Unterdruck entsteht, der das arme Insekt, den Wurm oder was auch immer einsaugt. Nummer 4. Wanzenpflanze Das ist die Wanzenpflanze und nein, sie heißt nicht so, weil sie Käfer frisst. Der Spitzname kommt von der symbiotischen Beziehung, die diese Pflanzen mit Raubwanzen eingehen. Roridula produziert ein einzigartiges klebriges Harz. Das Klebrister aller fleischfressenden Pflanzen und die Raubwanzen sind gegen dieses Harz immun, sodass sie an der Pflanze entlang krabbeln und Beute stehlen. Aber ihre Ausscheidungen sind für die Pflanze noch nahrhafter als die Insekten, die sie gestohlen haben. Diese Pflanze ist im Grunde ein Strauch, der über 1,80 Meter groß werden kann. Sie ist die einzige Pflanze, die Waldbrände mag. Das Feuer vernichtet die Konkurrenz und sie können frei wachsen und alle Insekten fressen, die sie wollen. Nummer 3. Schusspflanze Schusspflanzen fangen auch Insekten, aber sie nutzen sie auf eine viel cleverere Weise als ihre Artgenossen. In der Mitte der Blüten befindet sich ein Auslöser der Pollen auf Insektenschieß, die ihn berühren. Die weiblichen Blüten haben den gleichen Auslöser, aber er dient zum Sammeln von Pollen. Das Auslösen geschieht in einem Wimpernschlag zwischen 15 und 30 Millisekunden und das Zurücksetzen dauert dann länger. Sie sind in Australien beheimatet und es gibt über 200 Arten von ihnen im Land unter der Erde. Ihr fleischfressender Aspekt mag ein Zufall sein. Sie produzieren eine klebrige Substanz, um die Blüten von kleineren Insekten zu schützen, die mit dem Pollen nichts anfangen können. Aber sie haben sich entwickelt, um kleine Insekten zu verdauen, die an ihren Blüten hängen bleiben. Nummer 2. Korkenzieherbinsel Wir alle haben die Korkenzieherpflanze schon einmal gesehen. Schließlich wird sie vor allem als Dekoration verwendet, weil sie hoch und schnell wächst und robust und kraus ist. Der Korkenzieher Spiralis, eine insektenfressende Pflanze, ist im Gegensatz zu ihren vielen Namen sehr pflegeleicht. Alle botanischen Gärten haben sie. Sie können sowohl im Schatten als auch in der Sonne leben. Du kannst sie gießen, aber sie können auch ohne Wasser leben. Das Einzige, was sie verachten, ist der Winter. Aber wenn du sie im Winter bis auf den Boden abschneidest, wachsen sie im Frühjahr sofort wieder nach. Spiralispflanzen können bis zu 45 cm hoch werden und unter idealen Bedingungen bis zu 8 Jahre alt werden. Auch wenn sie nicht direkt Insekten anlocken oder verdauen, stehen Korkenzieherpflanzen auf dieser Liste, weil sich die Insekten oft in ihrem dichten Laub verfangen und nach unten fallen, wo sie zu Dünger werden. Nummer 1. Venusfliegenfalle Endlich kommen wir zu unserem Bild des Tages. Die berühmteste Pflanze der Welt, die Königin der fleischfressenden Pflanzen, die Vorzeigepflanze der Insektenfresser, die Venusfliegenfalle. Sieh dir an, wie sie diese kleine Schnecke festhält, die nirgendwo hin kann. Wenn sie etwas spüren, schließen sich die Fallen und die Klappen verriegeln sich, damit die Beute nicht mehr entkommen kann. Trotz ihres zerbrechlichen Aussehens ist ihr Biss ziemlich stark. Venusfliegenfallen fressen Ameisen, Käfer, Heuschrecken, Fluginsekten und sogar Spinnen. Der fleischfressende Aspekt ist nur ein Zusatz zu ihrer Ernährung und sie können Monate ohne eine richtige Mahlzeit auskommen. Die eigentliche Frage ist, was hältst du von diesem Bild? Hast du schon mal eine Venusfliegenfalle gesehen? Würdest du gerne eine im Haus halten? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm einen Daumen nach oben und vergiss nicht, unseren Kanal mit der Glocke zu abonnieren, damit du keines unserer zukünftigen Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal!